Ich sage huuuu, zu slow high mates, die Highlights auf dem Stream 2, 2, 1, los geht's! So, jetzt hör bei mich auch, perfekt. Okay, ein stranger Anfang vom Stream, I'm sorry. Doch damit sage ich einfach mal zum neuen Stream und heute gibt's einiges Neues. Wir spielen, die Folge ist Season 6, also diese, die fangen wir heute an, schauen wir uns mal an und wir spielen das neue Blade-Update. Es wird auf jeden Fall ein sehr, sehr nächster Stream. Ich heiße Zicker Frickmari? Was mit meinem, mit meinem, äh, Chumpy, Chump, Chump, Chump? What? Warte, ich will mich dranhängen. Bam! Boah, das ist ja eklig geil. Okay, wir gehen hier mal rüber oben. Pfff, das hat ja sehr gut geklappt. Haha. Nein. Das wird echt knapp, ne? Zwischen uns beiden. Nein, Alter, was ist das denn? Pfff, 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 pfff. Wir müssen scheinwerferlich bleiben, keine Ahnung wo das erscheinen wird, erscheinwerfen, erscheinen wird, weil es ein scheinwerferlich ist, I don't know. Wenn wir sehen, noch zwei. Dann sind wir Level Up. Äh, ja, ich stimme zu. Was, was tut denn jetzt hier jetzt von mir? Was ist dein Problem? Spiel! Ich bin raus! Ich war die ganze Zeit im Licht! What? Also dieser Modus ist echt verdammt heavy. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So, wo? Ouch, was mache ich hier? Bläh, 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 bläh. Also es sind hier schon ein paar Crabber, also ein paar Creeper, nennt man die Leute ja, die festhalten. Oh, ich hab den gar nicht gesehen. Der hat mich so driftig so. Aber das war einfach der Ventilator. Ich finde die Farben und so weiter eigentlich fast bisher am besten. Die Farbe ist auch saugeil. Flughammer. Das ist, also Begidos ist einfach nur nice. Also das Outfit ist einfach Liebe. Muss man sagen. Und das hier auch. Das ist einfach nur geil. Also das ist wirklich so geil. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es ist nicht viel dabei, was krasses ist. Bis auf Begidos und die Augen und so. Okay, bitte. Also es ist wirklich nichts, aber das sieht geil aus, finde ich. Aber es gibt wirklich nichts so krasses. Ganz ehrlich. Das sieht wie DVD aus. Das sieht voll wie DVD aus. Oh mein Gott. Aber der Padale. Okay, den Bac mit, dass die Musik irgendwann aber mal aus ist. Haben sie auch nicht gefixt. Gut gemacht, Mediatornik. Sehr, sehr nice. Oh mein. Bist du für ein Popelgesicht? Ganz ehrlich. Ich hau dich runter. Dann möchte ich den Krieger, ne? Alter, was denn ich hier für... Alle Leute, die Wippen gehasst haben bisher, die die installieren bei dieser Map, einfach Vollgeist. Oder sie Ragequitten einfach jedes Mal. Oh man. Ich versuche es mal einen anderen Weg, weil hier im Trupp haben wir nämlich ganz gute Möglichkeiten dafür. Was? Hä? Kein Counter, nicht? Einfach so. Schluss. Was ist das denn, Alter? Ganz ehrlich. Das ist ja ultra knapp. Aber wir sind ja mit zwei auf jeden Fall. Hä? Was war das für ein Skin, der mir gerade angezeigt wurde? Was war das? Ja, das ist eigentlich ganz smart. I like it. Oh, diese bunten Skarabeos, Skarabeos, Skarabäen, Skarabanden, wie auch immer. Das ist ja echt cool. Leider habe ich keinen bekommen, weil ich nicht genug Kronen hatte. So, alles noch entspannt. Oh, guter, guter Save, guter Save. Sehr fresh. Der liebt es aber auch mit gesprinteter Schiffttaste zu laufen. Ich muss schon sagen, gesprinteter Schiffttaste zu drücken, aber ich bin nicht auf dem Klo. Kein Ziel, ich muss oben rum gehen, falls es einmal wieder aus ist wie vorhin. Was? Schon wieder einfach aus, ohne Grund? Ich hasse das. Warum ist das so ein Vollgeist? Das war damals in der letzten, in der 5. Die sind genau dasselbe mit den Lillipads springen. Das ist einfach irgendwann einfach aus, ohne Vorwand, ohne irgendwas. Das ist einfach nur Track, ganz ehrlich. Mediatonic, bitte, kriegt irgendwann, bitte irgendwas auf die Reihe, denke ich. Geht auch raus? Ähm. Ähm. Ich bin eigentlich im Menü. Also, wenn ich ehrlich bin, ein Schritt nach vorne hat Vollgeist nicht gemacht. Klar, es gibt uns Namen wieder, aber, inzwischen habe ich mich tatsächlich dran gewöhnt, dass es keine Namen gibt, deswegen ist es gar nicht so wild. Aber, das Spiel hat sich aufgehängt, es passiert viel zu viel, man kann mit einer falschen Scheißkommission alles zerschießen, man, die haben bisher wieder nicht funktioniert, obwohl ich schon Emotes gemacht habe. Vollgeist bitte, funktioniere mal. Haha. Weil ich finde, den Namen hätte sie auch nicht mehr gebraucht. Irgendwie habe ich mich so dran gewöhnt, dass man seinen eigenen Namen jetzt hat, zu sein, ne, Champi, äh, wie auch immer, Happy Golden Horse, oder wie das hieß. Friendly Golden Horse, so hieß ich, ne. und da jetzt auf einmal ohne Vorwahrung jetzt den Namen nicht mehr zu haben und jetzt irgendwie, was war das gerade? Habt ihr das gesehen? Lol. Die geht hin und her quasi, ne. Wait. Nice, so geht das auch. Das ist doch der Move schlechthin, dass man aber von oben runter springt, wenn man, wenn das Teilcard weg ist. Oh yes. I got it. da, das Temp-Bild gerade wieder. Gerade wieder dieses Temp-Bild, das meinte ich. Nein, ich werde verfolgt, Mann, ich will der Erste werden, Mensch. Da rein. Sehr schön, sehr schön. Wieso? Dumme Banane, ganz ehrlich. Wieso? Ah, ich gott so. Nein, der Bauarbeiter wird's. Ne, ich wird's, ich wird's, ich wird's, ich wird's. Ich wird's. Ich bin's nicht. Mero hat gewonnen. Junge, als ob der's losballert. Was soll denn der Scheiß? Ah. Ne, 69 wird's. Ich will's, dass ich vielleicht die Abkürzung krieg. Nein. Schau wieder, ich bin langsamer, ne. Ich bin einfach an der Decke vom Ziel hängen geblieben und dadurch nicht Erster. Ach, come on. Das war ein Witz. Nein, Leitlicht. Oh, Leitlicht ist so kacke, ganz ehrlich. Leitlicht könnte man mit D schreiben, weil ich da immer leide in diesem Modus. Ich leide. Leide. Oh. Ich bin irgendwo hängen geblieben. Hör doch auf, Alter, was soll denn das? Die Yeti ist so ein Arsch. Die Yeti hat etwas gegen mich. Ja, Yeti. Nein, ich auch. Scheiße. Wenn sich zwei streiten, fliegen beide in den Schleim. Oh, boll. Wenn sich zwei streiten, fliegen beide in den Schleim. Ja, nice. Wir haben die 100. Yes. Aha, geil. Die 100 Zitate. Aber ist auch ein gutes Zitat, würde man sagen. Wenn sich zwei streiten, fliegen beide in den Schleim. Aber wir sollten es schaffen, oder nicht? So risky zu sein, ist so risky, aber ich glaube, es reicht. Nein, nein, ein Prozent. Gib mir das ein Prozent. Oh mein Gott. Nice. Oh, der Sprung war wichtig. Oh, nein. Ich werde über den Zaun geballert worden. und ich bin ans andere Ende gesetzt worden. Das ist nett. Okay, so schnell war die Musik aber auch noch nicht oft aus. Euter Mann. Ich habe hier aber auch über den Ball geboostet. Das war ja, das war ja ein krasser Move. Oh, Früchte. Junge, heute ist echt der Tag mit, äh, abruptem Musikende, einfach, warum auch immer. Dieses Bild hier kommt mittendrin im, äh, Ladebildschirm, in Visi Beans Temp-Image. Entweder ein Easter Egg, zu sagen, ey, äh, wer sieht das cool, oder, äh, vergessen, man weiß es nicht. Oh, das war so gut. Und, ab damit. Nice. Ah, ist schon ein geiler Modus, muss man sagen. Das ist schon eine sehr, sehr coole Map. Macht echt fun. Aber ich denke mal, dieses Lichtkekelspiel könnte man auch locker als Teamspiel machen, mit dem man halt quasi zweit, äh, so eine Punkteanzeige hat. Das würde doch locker gehen, oder als, als Trupp, oder irgendwie sowas. Das wäre schon echt möglich. Wäre dann nur so, wäre dann glaube ich nicht mal so schlimm, weil, ähm, halbes Leid ist geteiltes Leid, oder andersrum, geteiltes Leid ist halbes Leid. Wegen Licht, versteht ihr. Oh Gott. Wird gleich durch sein, ne? Nein, ich bin erster. Yes. Puh. Ja, aber schau dir mal an, wie lange ich erster bin. Jetzt erst der zweite im Ziel. What? Nice. Also, wir weiter und was gibt es hier oben auf der Bibel geflaggert? Wie Felix Magath. Leil. Da hat ich mir roter gefallen. Und dann einfach dieser. Krass. Yes. Da bin ich ein Sieg. Ja, Mann. Geil. Und da ist der Gewinner der Champions League Saison vier. Das ist Magi's Leji. Ich feier's. Okay, da geh ich nicht drauf. Und dann geh ich drauf. Ich bin müde, meine Witze werden nicht besser. Es tut mir leid. Nein. Ich bin müde, ich bin müde, bin ich mir Ich bin ärgifte, ist auf jeden fall ein nicer trailer hat was die überwachung wäre das echt ganz kurz ausläuft sie ist ab wo es hat was gebracht das ist so ein witz ich schlafe ein und direkt erst eine falle es ist doch so ein schlechter joke mein herz um eine kiste eigentlich ja da bespricht habe ich es doch der eine geht raus ich geh jetzt auch raus er ist eh tot aber wir haben es geschafft geschickter jona in der ersten runde so muss das gg alles interessant interessant ne jo das war's von dem stream so die Untertitelung des ZDF, 2020